Hallo, schön, dass Sie da sind. Als Immobilienmakler oder Hausverwalter ist Ihnen sicher bewusst, dass Sie eine Weiterbildung machen müssen. Wussten Sie nicht? Gut, dass ich Sie erinnert habe. Weniger als sechs Monate verbleiben ab Stichtag heute, um diese Fortbildung zu erfüllen. Und zum Glück geht das bei uns super einfach und sicher online. Einfach hier klicken und los geht's. Holen Sie sich die Zertifikate. Sie können die Seminare jederzeit starten, pausieren und fortsetzen, wann immer Sie möchten. Völlig zeitflexibel. Gehen Sie auf Nummer sicher und melden Sie sich noch heute an. Wir freuen uns auf Sie.